Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Leute zu Creedfall. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Im letzten Part haben wir zum einen mal rausgefunden, was eigentlich die Kardinalin so am Start hat. Und wir haben auch hier schon bei den Nauten schon ein bisschen geguckt, dass die offensichtlich hier im Lagerhaus D etwas haben, das top secret ist. Das haben wir herausgefunden und jetzt schauen wir mal, was das denn ist, was wir da haben in dem Lagerhaus D. Und vielleicht finden wir da ja was raus, weil sie werden ja sogar verdächtigt, dass sie was mit dem Malikor zu tun haben. Also mit dieser schlimmen Krankheit. Das ist natürlich sehr, sehr spannend herauszufinden, was das damit denn jetzt auf sich hat. Oder ob die da tatsächlich was mit zu tun haben, weil anscheinend die nie krank werden dabei oder davon. Deswegen schauen wir mal einfach mal, was es damit aus sich hat. So, wir gucken natürlich auch so ein bisschen hier drüben mal in die Kisten. Oh, sogar ein Ring hier drin. Nicht schlecht, normalerweise hat man da immer nur so Kleinvieh drin, ja. Aber mal was cooles. Wir haben immer noch diese Uniform an, deswegen bin ich mal gespannt, ob wir jetzt da durchlaufen können. Ja, können wir. Ist schon geil, dass man da einfach durchlaufen kann. Ohne größere Probleme. Schauen wir hier auch mal noch in der Truhe. Jetzt bin ich irgendwie ein bisschen angefixt, dass es hier coole Sachen gibt. Überall. Naja, offensichtlich war das jetzt gerade mal eine Ausnahme in dieser einen Truhe dort drüben. Schauen wir mal hier rein. So, jetzt sollen wir das hier durchsuchen. Dann schauen wir mal, was haben wir hier. Genau. So, gucken wir mal hier. Okay. Und gehen mal hier hoch. Ich finde es halt genial, was wir eigentlich uns hier so erlauben und wo wir so langlaufen und was wir so machen. So, schauen wir mal hier. Okay, und was haben wir hier drüben? Diese Maschinen sind extrem komplex. Ich habe nie etwas wie das gesehen. Oh. Diese sieht, wie es ein Schäupte in seinen Seite hat. Ich würde nicht beginnen, wie es funktioniert. Es ist ein neues Modell, inventiert recently. Es ist designed, um die Dämpfe des Oceans zu mesieren. Es ist extrem wichtig. Hm. Okay. Gibt es hier dann überhaupt irgendwie was krasses, sage ich mal? Hier draußen vielleicht noch? Ne, da gibt es nur eine Truhe. Geiler Bug gerade, wie er da stand. Ne, hier oben offensichtlich nichts mehr. Ah, da unten noch. Hä? Das habe ich ganz übersehen. Das sind Dokumente. Schauen wir mal. Ähm, Notizen der Admiralen. Der Ruf des Delfins. Der Dreizack muss so schnell wie möglich repariert werden. Außerdem sollte das Barometer ausgetauscht werden. Da das an Bord befindliche nicht so präzise arbeitet, wie es sollte. Die Besatzung konnte dem Sturm nicht rechtzeitig ausweichen, was uns ein Segel kostete. Ich bitte um Diskretion. Die Inquisitoren beobachten uns. Admiralin Cabral. Ich habe definitiv noch nichts mit dem Malachor, oder eine secret Sexte oder Kult. Der Domitius hat seine Erinnerung und seine Erinnerung geholfen. Ich glaube, Sie verstehen nicht die wichtigste Sache, was Sie gesehen haben. Diese Instrumenten ermöglicht uns die Ozean und herausfinden neue Welt. Das Erinnerung dieses Erinnerung hat uns zu bleiben, die nur diejenigen, die zu navigieren, die Highseas nachzudenken. Jeder denkt, Sie benutzen eine eigene Magik. Wir waren diejenigen, die das Erinnerung veröffentlicht haben. Es verhindert unsere Reputation, aber wir uns von competition verhindert. Und diese Geschichte über den Malachor? Ich habe keinen Weg, zu erklären, warum wir es nicht finden. Aber wir sind nicht für das. Ich hoffe, dass Sie nichts von dem, was Sie in diesem Ort entdecken haben. Ja. So, gut, wunderbar. Also haben die damit nichts zu tun. Aber finde ich eine geile Sache, so zu tun, als wäre es die Magie irgendwie. Aber dabei ist es die gar nicht. Das finde ich eigentlich schon ganz, eigentlich eine geile Idee, ja. Wenn man nicht will, dass man Konkurrenz kriegt oder dass die Leute irgendwie, ja, denken, das klappt schon auch selber. Dann macht man, sagt man halt, ja, ja, wir verwenden halt irgendwie Magie. So, also, ganz offensichtlich sind die Nauten nicht die Bösen, sondern eher diese Order Luminous, mit denen wir ja schon häufiger auch zu tun hatten. Also sollten wir uns um die auch mal kümmern und mal schauen, was die so Böses da am Laufen haben. Aber erstmal werden wir kurz unsere Richtung wieder ändern. So, perfekt. Order Luminous, wo müssen wir lang? Können wir auch hier lang? Ich glaube ja, wunderbar. Vorhin war übrigens der Sound kurz komisch, aber ich weiß gar nicht, woran das lag, um ehrlich zu sein. Wahrscheinlich irgendwas vom Spiel, würde ich mal sagen. So, jetzt gucken wir mal hier drinnen. Von denen finden wir hier drinnen bestimmt was. Ich finde es halt einfach geil, wie wir überall reinlatschen. Und dass es allen interessiert. Oh. Und das war natürlich nicht so gut hier. Oh. Voll fies, der liegt auf dem Boden, wir schießen noch. Gut, es gab aber offensichtlich keinen Abzug oder so. Alte Telemi Zeremonierüstung, cool. Vernünftige neue Rüstung, die müssen wir uns auf jeden Fall gleich mal anschauen. Ähm. Da liegt noch einer in der Ecke. Briefster Gewand, ja gut, das ist nicht so krass. Halskette. Liegt jetzt hier noch irgendwas, irgendwelche Infos oder so? Ah ja, hier drinnen vielleicht. Ja, da liegen Dinge. Nachricht vom Inquisitor Bischof Domitius. Die Läuterung der Nauten wird beginnen, sobald diejenigen, die in unseren Gefängnissen schmachten, gestanden haben. Dann haben wir genügend Beweise, um die Mutter Kardinalin davon zu überzeugen, uns handeln zu lassen. Es ist höchste Zeit, dass wir diese Ketzer beseitigen, denen es erlaubt ist, sich frei in unseren Städten zu bewegen. Bleibt bis dahin unauffällig. Wir wären in einer heiklen Situation, wenn unser Plan zu früh bekannt wird. We must meet with the mother Kardinal urgently. Only she can put an end to this madness. Okay, das werden wir dann auf jeden Fall auch machen. Hört sich nach einer wichtigen und gescheiten Idee an. Schauen wir uns mal noch die Rüstung hier an. Boah, die hat schon auch richtig gut. Nochmal 34 Rüstungspunkte besser. 8% Magieresistenz würden wir dadurch bekommen. Petrus, ja wäre auch besser als Petrus Rüstung. Würde halt auch ganz gut zu ihm passen, muss man an der Stelle mal sagen. Wir haben gerade so eine neutrale, das glaube ich einfach an, eine neutrale Rüstung. Hm. Weiß nicht so recht. Sollen wir sie anziehen oder sollen wir sie Petrus mal geben? Würde mal sagen, wir ziehen sie mal eine Weile für uns selbst an. Weil wir einfach, ja sonst könnten wir natürlich die von Petrus dann anziehen. Aber eigentlich behalten wir lieber mal die bisschen bessere Rüstung. Die von Petrus habe ich gerade gesehen, würde sogar Dings geben. Schlossknacken plus 1, auch ganz interessant. So, aber jetzt gehen wir zur Mutter, zur heiligen Mutter. Oder zur Kardinalin meine ich. So. Ja, jetzt behalten wir uns auch schon wahrscheinlich hier insgesamt 4 Parts in diesem Gebiet hier auf. Aber schlimm finde ich es nicht oder so. Aber auf jeden Fall ganz interessant. Man merkt, die Welt ist sehr voll und es gibt schon einiges auch zu tun offensichtlich. So, dann würde ich sagen, reden wir mit der guten Frau mal. Wartet mal. Können wir mit ihr direkt reden? Ne. Ich muss mit ihm hier reden. Ja. Ich würde gerne eine Zuschauer mit der Mutter Kardinal haben, um die Erfindungen zu diskutieren. Was ist das denn, Domitius? Na ja. 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 Also das mit dem Ruf Minus bei den Nauten war ich jetzt nicht so der unbedingte Fan von, um ehrlich zu sein. Ähm. Ja. Haben verdächtige Beziehungen mit den Nauten. Händler, Brücken, Groschengarde, Eingeborene, nett oder freundlich. Verdächtig mit Halame und Nauten. naja, also das war jetzt natürlich ein bisschen doof aber vielleicht mussten wir das auch sagen oder machen oder so das ist eine gute Frage an der Stelle, ich weiß es gar nicht ob wir hätten da auch drum rum kommen können das ist eigentlich eine gute Frage gut, naja also ob man hätte das überhaupt erwähnen müssen alles weiß ich nicht, das ist manchmal auch ein bisschen schwer zu erkennen ob das jetzt hätte gesagt werden müssen oder nicht, natürlich könnte man jetzt theoretisch nochmal neu laden und so aber finde es halt doof dass man da jetzt hätte nicht nochmal sagen können so ja, als Vasco gesagt hat, ja willst du das hier jetzt wirklich alles verraten dass man an der Stelle hat nicht nochmal sagen können ja ne, will ich nicht oder so das finde ich in solchen Spielen immer relativ wichtig so, wohin gehen wir jetzt ganz einfach, wir gehen mal kurz in unsere in unseren Wohnsitz hier und werden mal ganz kurz das Lager öffnen das Inventar öffnen und ja ne, hier nicht den ups, das war natürlich jetzt doof das soll ich dann nicht da reinhauen sondern ich will dorthin klicken und dann möchte ich ja gut wir haben hier einiges auch tatsächlich zu verkaufen aber die bequeme Weste die werden wir mal hier reinpacken in die Truhe falls wir sowas mal nochmal brauchen oder so ähm gut, genau wunderbar und dann möchte ich mal ganz kurz zu Petrus der hat ne Kette die hat auch ne Kette wir haben kleine Heilungskette magische Hilfe Heilung kriegt der ja jetzt einfach mal noch die Kette hier ähm jetzt bin ich gerade am gucken irgendwas anderes haben wir doch auch noch gekriegt dieser Hut hier zum Beispiel wie sieht es mit dem aus ist der vielleicht besser Intuition weniger auch ein bisschen weniger Rüstung und so ja die hat keinen Helm behalten wir einfach mal ähm ich denke das gucke ich mir mal bei Gelegenheit auch ein bisschen näher in der Aufnahmepause an beziehungsweise ich werde jetzt dann ups ganz kurz alles weil also ich habe ja schon mal gesagt ich möchte jetzt das nicht jedes Mal onscreen machen ab und zu mal ja aber nicht jedes Mal das heißt wir werden jetzt mal einfach alles was ich so spontan jetzt mal nicht brauche hier in die Truhe packen genau wunderbar ähm weil hier auch diese genau die sind ja auch hier relativ gut diese Handschuhe bei allen das passt also wunderbar ähm dann haben wir jetzt nämlich auch wieder ein bisschen mehr Platz im Inventar das ist sehr wichtig denn achso wir müssen ja gar nicht raus sondern wir müssen hier wieder rein als nächstes ups würde ich vorschlagen ich würde reißen so jetzt würde ich vorschlagen jetzt haben wir ja die Möglichkeit kurz nochmal hier die Quest mal abzugeben ich denke das machen wir auch ähm und dann werden wir vermutlich mal in dieses eine Gebiet gehen für Petrus also ne für die Kardinalin meine ich ähm beziehungsweise auch da wo es diesen also da wo es diese extrem gläubigen Einwohner geben soll aber auch irgendwie diese dämonischen Einwohner was weiß ich die da irgendwelche Dämonen Magie machen oder was da Henke was ähm dann werden wir die zwei Sachen nämlich jetzt angehen aber jetzt sprechen wir erstmal hier mit der Admiralin die wird wahrscheinlich nicht so am Use sein oh oh Wir haben diese Lande gefunden, fast zwei Jahre vorhin. Ein paar Jahre später, wir haben die Verkaufung für Ihre Nation der Merchants. Dann haben wir unsere größten Alliös. Wir transportierten ein paar lords, Männer und Merchandise. Sie begann zu colonisieren die Lande. Die lords haben sich gezeigt, um eine tyrannische Natur zu haben, und begann die Lande mit einer schrecklichen Kraft. Die Verkaufung, die die Lande, aber auch die sehr Arbeitskräfte, die sie mit ihnen gebracht haben. Die Magik der Lande von Tierfredi wurde erwohnt. Beasts kamen aus den Bäumen und die neue Stadt. Nur ein paar lords und arme Menschen konnten es zurückkommen. Die Verkaufungen waren enorm. Die Verkaufung. Die Verkaufung. Ihre Prinzen haben uns gut geholfen, um ihre Geheimnisse zu halten. Sie haben weiterhin die Verkaufung geholfen. Sie sind, in Wahrheit, ein Produkt von ihnen. Was hast du gesagt? Sie haben keine Gefühle gemacht. Sie sind ein Kind von einer Nation. Sie wurden auf einem unserer Lande. Ein Kind von einer Islander? Sie sind. Aber ich weiß, wer meine Mutter ist und... Ich verstehe, wie schwierig das ist zu hören. Und ich weiß nicht, warum deine Familie das von dir hat. Sie haben auch keine Gefühle gemacht. Im Endeffekt haben wir entschieden, dass wir die secretive Lande der Islander zu anderen Nationen verkaufen. Die Gemeinde... ...wurzäuse von ihren Angst haben, konnte sie nicht wegwägen. Und hier bist du wieder. Ich bin... ...schuldigung... ...für dem Schock, den ich dir getrunken habe. Sie fragten mich die Wahrheit. Und jetzt hast du es. Was anderes? Krass. Ich muss gehen, bis wir uns wieder treffen, Admiral. Okay. Ich habe immer wieder gebeten, dass ich für all diese Zeit gebeten habe, die immer noch nicht wissen. Ich muss... Ich muss ihn sehen. Mein Kind. Ich verstehe, dass diese Rewerbung aufzutausch. Ich... Ich wünsche, dass ich die richtige Worte hätte, um dich zu bebeten. In any case, you do not have to be ashamed of your ancestry. Come closer, good people. They kill our friends from the continent. Ja, also das sind schon krasse Entwicklungen. Also, ja gut, auf der anderen Seite war es ja irgendwie ein bisschen klar, dass es damit wahrscheinlich was zu tun hat und so. Und dass die ja auch schon hier waren, die Händler, das war ja eigentlich auch fast klar, ja. Und dass er vielleicht ja auch zu den Eingeborenen, das wurde ja auch schon angedeutet. Also, so krass überraschend war es an manchen Stellen gar nicht. A better time. I've been taken with jitters, like a cat on a midday roof. What are you waiting for with such anticipation? I took your advice, you see? I've summoned one of these crows! He has been examining me for nearly an hour. I just barely escaped a purge. Aber ich hatte die Mandatoren blöden. Ich liebe ihre kleine Knife. Und dann, unser Venerable Doktor, was ist der Verdikt? Der Blut ist nack. Konstantin, ist das dein Blut? Konstantin, antworten mich. Konstantin, bleiben mit mir, Konstantin. Da gibt es eine Chance, dass er in Erre ist. Es könnte etwas anderes sein. Ich werde sterben. Nein, Konstantin. Ich werde sterben, wie deine Mutter und die anderen auf dem Kontinent. Ich werde sterben. Ich will nicht sterben. Ich will nicht. Nicht so schnell. Es ist so gut. Konstantin, ich will nicht. Konstantin, ich bin hier. Mach dich zusammen. Aus! 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 Es ist ein Verwalt! Danke. Kussin. Da, jetzt. Bist du besser? Ich weiß nicht. Du wirst mich nicht, will du? Ich werde eine Verkaufung finden. Ich versuche dir. Du hast nicht das gleiche zu deinem Mutter? Du wirst du sterben, bevor du einen finden kannst. Komm, nicht so. Ich werde das nicht sagen. Ich werde das nicht erreichen. Ich habe bereits ein paar Promisende Straßen zu erforschen. Ich weiß nicht, Kussin. Die Tideien sind so sehr schrecklich. Ich bin Angst. Ich bin so schrecklich. Ich bin so schrecklich. Ich bin so schrecklich. Ich bin so schrecklich. your visit was to console me in my tragedy tell me what brings you it can wait it's nothing that can't be dealt with later but please please whatever it is it will take my mind elsewhere I was able to get the whole story out of the Admiral in exchange for a service as our investigation was leading us to imagine the congregation did once attempt to colonize the island the Nauts discovered it some two centuries ago and brought our people here a few decades later but the enterprise to colonize the island failed completely there are great many bloody battles few colonists survived the princes prefer to hide their defeat and paid the Nauts to keep the secret that they hid the fiasco from the world I get but that my father said nothing about it to me that's not the most shocking part of the story believe me what do you mean the congregation continued to make expeditions to the island with the help of the Nauts according to the Admiral my mother came from the island and was brought back I was born on one of their ships what but that means you were not your dear cousin no all the lies we've been fed since our tender childhood the fable told that I'm the spitting image of my dead father lost during an expedition God I don't know what to think Constantine why did they do that to me I don't know it's another one of their sly and dark orchestrations some vile intrigue if it is of some comfort no matter the story you will always be my dear cousin you have always been the only one to care for me you are my only friend that's all that matters to me keep this discovery between us no one needs to know my aunt adopted you after all bring in the others let us speak of different concerns that's enough bad news for one day so I'm going to get a call by the Nauten to get a call oh hello Kurt Kurt what is dismissed soldiers leave us we have much to say what is going on I don't appreciate this attitude Kurt must I remind you that these men all answer to me times change your highness or rather they're about to do so is that a threat what are you hoping to accomplish don't tell silence we have little time and none to lose Kurt what are you talking about the commander of the coin guard is here in New Serene at this very moment he's preparing a coup d'etat in the three cities of the island our men are going to eliminate the governors and their entourage this is madness how how you'll go down as easy as plum pie and cherry wine standing behind every one of you is one of our men you have entrusted us with your security you are completely at our mercy then why did you send your men away and why are you telling us all of this I've known you both for a very long time too long I've come to know you to respect you and I've never reneged on a contract these orders go against all that I am a cold-hearted mercenary definitely but never a traitor and so now you are forewarned you must take action thank you Kurt I will not forget this Constantine we need to get to save you as well as your counselors but I want to what take part you can barely stand up no we must take you into the cellar if I've completely understood what you've said Kurt the governor's of our city was isch denn jetzt hier plötzlich los yes if you want to keep your allies your highness you also need to warn them correct we cannot let them fall into the hands of these traitors I will find the means to send them a messenger do you know where to find your conspirators it would seem I should be one of them they are counting on me to eliminate both of you the most urgent matter is to get our hands on the commander and his three lieutenants the others are doing nothing but following orders if we cut off the heads they will fall into rank I always knew you were a good man don't make me change my mind we better be off now okay we müssen Kurt mitnehmen we nehmen wir noch mit würde sagen wir nehmen mal noch Vasco mit also jetzt muss ich mal ganz kurz bevor wir diesen part beenden werden mal ganz kurz hier gucken okay also das geht hier tatsächlich noch weiter also die quests gehen alle noch weiter das ist ja wunderbar super sache jetzt müssen wir uns erstmal um diese sache hier kümmern eins nach dem anderen aber das werden wir im nächsten part machen und da werde ich bestimmt auch noch mal ein paar takte dazu sagen was jetzt hier eigentlich passiert ist großartig genau also darum kümmern wir uns im nächsten part vielen vielen dank fürs zu sehen es bleibt spannend macht's gut bis morgen ciao leute